Sieht der müde aus. Und nun Adrian Ramos. Das sollte eine brutale Grätsche werden. Aber er springt einfach hoch. Und er lacht offensichtlich noch dabei. Die Grätsche. Sie geht durch. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Eigentlich war der Spiel schon vorüber. Der Schiedsrichter hat schon auf die Uhr geguckt. Und doch fällt hier noch das Tor. Waren das jetzt die drei Punkte? Jo, das ist spät. Und das müsste dieses Ding hier normalerweise die Entscheidung sein. Das ist unfassbar spannend. Sen...